Ich muss ja nur offen genug einreden, dann glaube ich es irgendwo. Ja, die sind hesslich top. Kannst du mal reinpissen oder was auch immer du damit vorhast. Ich muss doch jetzt hoffentlich nicht wirklich Blumen reinstellen. Ich denke, es ist hesslich wie die Nacht finster. Gut, die meisten Accessoires sind auch hesslich wie die Nacht finster. Ja, was noch ein Herz. So, gut. Passt doch. Und wieder einmal habe ich es voll drauf. Hoffe ich doch. Ja, das wird reichen. Ja, nee, was? Nein? Was? Was? Bitte was? Was ist los? Ich glaube, es hackt. Von der Unsinn. Das Spiel lügt. Ich glaube, es geht los hier. Was soll denn der Unsinn? Machen wir einfach mal das nächste. So. 73. Kaufen wir das hier noch? Dann habe ich noch 23. Ich glaube, ich habe nichts, was eine 20 kostet. Doch. Vermutlich eine Geldverschwendung, um diesen Tisch zu kaufen. Aber hey. Könnt ihr es wagen, hier, mir nicht genug Geld zu geben für das Expertenziel? Ich glaube, es spinnt. Luigian, wer wird denn ein Angebot machen? Für ihre Feier. Ich hasse Feiern. Also, wieder werde ich hier feiern werden. Das sind immer glückliche Menschen. Ich hasse glückliche Menschen. Die prämieren mich. Ich sehe dann immer, wie viel besser das alles als den anderen Leuten geht. Was sind das denn jetzt für hässliche Blumen? Sind das überhaupt Blumen? Es gibt noch Pilze, oder? Okay. Okay. So, ja, ja, ja. Ihr dürft alle irgendwann dran. Bei einigen taut es noch ein paar Stunden, aber... Wenn ihr euch gefällt, könnt ihr woanders hingehen. Ich bin nicht die einzige Gärtnereien der Stadt. Verstand, warum bin ich nicht die einzige Gärtnereien der Stadt? Dann könnten sie nirgends woanders hingehen. Wenn soll ich einen Brandanschlag machen? Kein Platz mehr für die ganzen Leute. Okay. Ich habe das falsche gerade ausgewählt. Sehr gut. Egal, hauptsächlich. Wir kommen da an Platz frei und können die da hinsetzen. Da kommt man da runter und du da rüber. Wie kriegen das hin? Langsam wird es ein bisschen stressig, aber wie kriegen das hin? Ja, ich habe alles... Okay. Minimal unter Kontrolle. Okay. Das wird wirklich langsam stressig. Das war mir der Unsinn. Was ist denn das hier? Ich muss ja doch kommentieren, da kann es nicht stressig werden. Das ist doch nichts. Voll der Weidenkorb. Okay. Hier, arbeite was. Das ist Geld, das ich dir nicht bezahle. Komm schon. Ich brauche einen Turbo-Modus. Also für mich. Nicht für das Spiel. Nein. Kann ich das rausnehmen? Ah ja, mit rechts. Was ist denn jetzt kaputt? Hallo? Hallo? Was ist denn? Tut nichts. Was ist denn jetzt kaputt? Ist jetzt schlecht? Ich kann... Hallo? Ja, hallo? Was? Hallo? Ja, das weiß ich schon, aber... Hallo? Sie bewegt sich nicht mehr. Das ist jetzt dezent schlecht. Hallo? Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Großartig. Großartig. Genauso habe ich mir das vorgestellt. So und nicht anders. Ich weiß nicht, was das war, es hat sich nicht mehr bewegt. Okay. So habe ich das gerne. So mag ich meine Spiele. Nicht funktionsfähig. Okay. Ich setze sie mal in den Stuhl. Und wenn möglich, nicht wieder kaputt backen. Gibt es dafür einen Patch? Ich habe keinen gefunden. Okay. Okay. Ich setze sie mal rein. Toll, jetzt muss ich den Tag nochmal spielen. Okay. Ich ziehe das jetzt Plano wieder in die Länge. Okay. Ich bin voll die Spannung raus. Jetzt kennt man den Tag schon. Jetzt ist der voll langweilig. Weil er das ja sonst nicht wäre. Ich muss mal wieder Blumen schneiden. Okay. Hier, da. Da. Okay. Weg. Ich muss entsaften. Ich muss Platz schaffen. Ich habe keinen Platz wie ich schaffen könnte, doch da. Nein. Leck mich. Ich war gerade beschäftigt, verdammtes Spiel. Was soll denn der Nonsens hier? Was, wer beschwert sie denn hier schon wieder? Das sind nur Kunden. Wer interessiert sie schon für die? Das ist alles voll. Schmetterlinge. So, gut. Hauen wir die mal schnell durch. Schneiden wir schnell wieder Pflanzen. So, das wollen wir haben. Tu was für dein Geld. Schneller. Und diesen bitte nicht stecken bleiben. Mein Angestellte ist zu fett. Ich komme nicht durch. Ich muss erstmal ein paar Tonnen abnehmen. Er hat früher bei RTL moderiert. Ich... Gott. Das lassen wir die Witze. Zu tief sind die dann doch wieder nicht. Passion, Liebe. Okay. Ich habe fast schon wieder falsch gekriegt, weil ich irgendwas verschieben wollte noch. Das ist natürlich jetzt wieder falsch verschoben, weil... Ach, leck mich. Ich brauche neue Blumen. Gebe sie mir Blumen. Blumen. Ja, eher. CS, was auch immer. Blumen. Blumen. Warum wird nicht zuerst der rechte Ding aufgefüllt? Den bräuchte ich jetzt viel dringender voll. Egal. Reicht das noch für... Ja, müsste reichen. Awesome. Wenn ich jetzt nochmal 200 bekomme, reicht's. Wenn nicht, nicht. Frisch und natürlich. Kaufen Sie jetzt unsere neu gefärbten, zwei Jahre alten Blumen. Frisch vom Friedhof geklaut. See you again. Früher hat es so einen Friedhof geklaut. Kaufen Sie jetzt das. 16 Kunden über 4000 gemacht. Verdammt, ich habe den Laden verpasst, also der gebaut wurde. Jetzt muss ich das nochmal spielen. Es geht nicht, dass ich kein Expertenlevel hier habe. Ähm. Ich brauche mal das hier. Und einen größeren Stuhl. Klar, Stühle sind immer gut. Wer setzt sich nicht gerne hin? Wo ich sie nicht gerne hinsetzen, sind sowieso merkwürdig. Die will ich gar nicht in meinem Geschäft. So, Glas weg. Was? Glas weg. Vielleicht, hey, hey. Mehr Gas, wenn die Leute... Was? So, gut. Jetzt haben die alle blaue Herzen hier. Ich muss noch nichts arbeiten. Doch, jetzt muss ich nichts arbeiten. Ich brauche mehr Arbeiter. Es sind noch ein paar mehr Sklaven, die umsonst ziemlich arbeiten. Störe mich nicht. Ich bin hier am Kunden durch die Gegend tragen, weil die können nicht selbst laufen. Perfekt. Warum habe ich da vorhin keine Dingsbums bekommen? So, hier schon wieder. Toll, jetzt habe ich auch noch ein Stück Schnur. Ich habe keinen Platz mehr. Wie kacke ist das denn? Hallo, geh mal Saft machen. Mache, er Saft. Warten die da vor der Tür oder hauen die irgendwann ab? Oh, der Tür ist doch gemütlich. Da warten die bestimmt. Hier hast du einen Lutscher in deinen Blumen. Oh, nee, ist ein Herz. Dachte, das wäre ein Lutscher. Sauf mir schon noch meinen ganzen Saft weg. So, gut. Ich habe langsam keinen Platz mehr. Schmetterlinge aktivieren, ey. So, Blumen schneiden, Blumen zusammenstellen und freuen. Kaufst du das Spiel, es lohnt sich fast schon. Ist da nicht sowas passiert, dann könnte ich mal kotzen. Man will irgendwas verschieben und dann sagt der Spieler, ey, jetzt will ich Interaktion haben. Weil, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt dazu. Machen die das euch schneller oder ist das nur bei mir? Schnellen oder, ja, keine Ahnung. Das dumme Gelache da immer, der Wahnsinn. Wer hätte sich gedacht, das wäre eine tolle Idee? Gedacht? Wir haben uns gar nicht gedacht bei dem Spiel. Du hast ein Paket und da hast du noch einen Schleuer. Jetzt Schleuer. Jetzt aber. Warte. Jawoll. Perfekt. Na, also. Geht doch. Bonus Token 76. Yeah. Blüte. Gut. Nein, jetzt habe ich. Ach. Jetzt wieder Tag. Moment, das ist nicht. Doch, das ist. Ach, scheiße. Tag 10 war das jetzt, ne? Ja, Tag 10, okay. Dann passt's ja. Alles wird gut. Ich hätte zwar jetzt gerne noch ein paar Tokens auswählen. Ich war mir nicht sicher, ob der jetzt automatisch auf Tag 10 kommt oder nochmal denselben Tag auswählt. Ich bin mir sicher, ich krieg das auch ohne Turmes ausgegangen zu haben. Ich bin hier dabei. Gut, wenn ich die Gegend schiebe. Nachhine ich wieder ein scheiß Blumen. Bin ich im Blumenladen oder was? Ach ja, richtig. Bin ich im Blumenladen. Hier setzt sie auf den tollen Stuhl, der unglaublich bequem ist, dass er da am liebsten den ganzen Tag sitzen bleiben möchte. Und weg. Hop, hop. Ah, zu viel. Ich hasse das. Das wird hektisch. Ich hasse das in hektisch. Ich hasse das. Ich hasse das in hektisch. Heißt, der geht nicht. Er wollte nur nicht. Da, das wollen wir haben. Ich muss jetzt mal herüber, dann kann der sich dahin setzen. Du gehst dahin und dann... Das ist ein hässlicher Weidenkorb. Weg. Kannst du mir vorstellen, wenn ich dir da überhaupt Blumen gebe. Ich wollte ja gerade mal einen Blumenstrauß aktivieren, ja? Hey, süß, der doch immer da einen Blumenstrauß. Wo willst du da rüber, glaube ich? Das ist nicht stressig. Nein, nein, nein. Ich habe alles unter Kontrolle und ich rede immer so wenig. Ich kann gar nicht richtig reden. Oder viel zu dämlich. Nein, das waren meine Abonnenten. Ich verwechsel das immer. Okay. Das ist ja eigentlich was mit Schütteln. Okay. Okay. So kann ich dich mehr Gehilfen einstellen. Das wäre ganz gut, glaube ich. Das wäre logisch, ne? Logik ist nichts. Ich weiß, das ist... Was für ein hässlicher Tropfen. Es ist gut, dass ich erst mal die Blumen zusammenstelle und dann die Leute abkassiere. Aktiviere mal die Duftkerzen. Giftgas eingelassen. Ja, das ist kein Giftgas. Nein, naja, der, 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 der horcht schon die ganze Zeit so. Ja, das ist ganz normal, dass sie sich am Boden wälzen. Das machen die ja ständig, diese Witzvögel. So, hier. Das ist dein Lutscher und deine Schleife. Jetzt geht wieder nach Homosexualität weg. Oh, jetzt hast du gegen Homosexualität gestorben. So. Was kriege ich denn noch? Ach, nö, komm schon. Wirklich. Wirklich. Hast du das? Ein Jahr ist vergangen, seit Beatrice gestorben. Ach, die ist gestorben? Wartet für den Verlust noch schlecht. Aber sie hat meine radioaktive Strahle mit Blumen. Die haben damit nichts zu tun. Rosen und Lavendel. Ja, er ist ja auch noch gar nicht alt. Ja, er ist nicht mal in meine Kirche gekommen, dann zeige ich dir, wo du bist. Ich habe gleich schon wieder gewonnen. Yay, und alle Ziele erreicht. Yes. Und jetzt lassen wir die letzte Mission nochmal spielen. Ja, ja, weiter. Nein, ich will das. Nein. Ich bin hier in den Niederlanden noch nicht fertig. Das musst du einsehen, ins Spiel. 164. Ja, und das brauchen wir die Regale hier auf. Können wir noch irgendwas aufrüsten? Ah, nein. Blumenshot, 85. Ja, natürlich. Warum nicht? Ich habe das Rad ja noch gar nicht benutzt. Das steht da oben so scheiße in der Ecke. Das geht gar nicht. Warum steht das da oben so in der Kacke in der Ecke? Okay. Kann das nicht irgendwo ein wenig besser stehen, wo man es offensichtlicher sieht? Offensichtlicher sieht. Ach, der wird jetzt erst mal setzen. Hallo. Scheiß Klone hier. Warum wollen die sie überhaupt setzen? Ich gehe auch nicht in den Blumenladen, um mich zu setzen und Saft zu saufen. Hallo. Mein Ernst, das macht man doch nicht, oder? Gut, ich würde das schon machen, weil ich gerade Saft haben will, aber... Ich meine jetzt so im Prinzip, normale Menschen, also, den habe ich gehört. Ja, das gibt sie. Gerüchteweise. Habe im Inneren davon gelesen. Okay. Nein, du lest direkt rein. Und dich lasse ich natürlich erst mal draußen stehen, weil ich mag dich nicht. Leute, die direkt in meinen Laden wollen, die kriegen ja nichts. Leute, wie dich können wir ja nicht sonderlich gut leiden. Halt, ich muss erst mal, ich muss erst mal hier Saft mixen. Ich muss erst mal neue Blumen schneiden. Jetzt gehen mir die alten nämlich langsam aus. Gut, dass meine Stüge so unglaublich bequem sind. Der Wahnsinn. Da kann man das schon mal bringen, hier, ne? Oh. Was, der hat ein Herz verloren? Darf du das denn? Schmetterling! Du willst da runter, du da rüber und ihr wollt auch da rüber. Der ist mit so einer hässlichen Topfwase zu bringen. Topfwase? Wie komm jetzt auf Topfwase? Das ist doch kein Topf. Ich hoffe, diesmal reicht's. Ich fache mir das Radio an. Ja, der vorgebildeten Beats, ey, was? Okay, das... Vielleicht gibt das keine Copyright-Probleme. Man weiß ja nie. Wenn man mir das fast nicht vorstellen kann. Okay. Ja, noch Duftkerze, Giftgas, neue Ankunft. Was sind das? Das sind Vasen, keine Außerirdischen. Die kommen nicht an. Die sind schon da. Der wird auch zahlen. Cloverpeer und Lutscher. Naja. Wer weiß, was der damit vorhat. Manche Leute sind schon ekelhaft. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo jetzt meine Gedanken waren bei Lutscher und Cloverpeer. Ich will das, glaube ich, gar nicht. Die waren ziemlich im Arsch. So, sollte das reichen. Ja, diesmal soll es reichen. Teddybären auch noch. Sonst noch Wünsche. Also, versuch mal, wenn du versuchst, deine Freundin einfach zu schlagen. Das geht doch genauso. Ja, ich weiß. Na, also, geht doch. Ich hab's voll drauf. Ja, ja. Komm. Äh, das lässt dir doch keinen. Der ist schon tot. Wie viele Karten gibt's denn überhaupt noch? Zwei? Nee. Nee, ich werde das heute nicht fertig spielen. Wie sind das irgendwie speichern? Nee, Trophäen. Hier. Was fehlt mir denn noch? Äh, verdiene 100.000. Dänemark beendet, Japan beendet, Neuseeland beendet. Wow, ich hab die Hälfte des Spiels schon durchgespielt. Moment mal was. Ich hab nur noch zwei Karten. Achso, das ist ja... Ja, ja, ja. Egal, Karl. Das war's erst mal für heute von Blüte. Liebe die Blumen mit der Welt. Äh, Teile. Teile. Teile nicht lieber. Das ist ein tolles Spiel, das ich günstig bekommen hab. Egal, Karl. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß, wie ich. Bis zum nächsten Mal. Mal gucken, ob ich das zu Ende spiele. Nächstes Jahrtausend? Nein.